Was habe ich getan? Oh, sind sie wieder normal? Sie haben uns zu tot erschreckt, als sie aufgehört haben zu atmen! Irgendetwas stimmt nicht. Wie ich schon befürchtet habe, ist euer Herumgealberi zu weit gegangen. Kit, Liz, Party! Irgendetwas ist nicht so, wie es sein sollte. Warten Sie, Doktor! Wollen Sie uns zerstückeln? Es ist gefährlich, so etwas zu benutzen. Etwas ist falsch! Etwas ist falsch! Ich wusste, dass ich euch aufhalten hätte sollen. Nun ist er komplett durchgeknallt. Das erinnert mich an meinen Besuch beim Arzt. Der Doktor ist hier! Das ist gefährlich! Beobachtung! Studie! Ich möchte euch beobachten! Ich möchte euch studieren! In der Tat! Ich will euch sezieren! Da seht ihr was, Gitana! Rent! Jetzt hört der Spaß aber auf! Okay, hauen wir an! Zeit, euch zu sezieren! Ich will euch auseinandernehmen! Er verfolgt uns immer noch! Wir haben keine andere Wahl! Aber unser Gegner ist der Doktor! Ich weiß! Okay Mädels, wir müssen uns ihm gegenüber stellen! Wir müssen uns diesen bösen Dämon mal zur Brust nehmen! Liz, Putty, los geht's! Okay! Zu bewegt! Wehen Resonanz! Eingriffsmodus! Eingriffsmodus! Scheiße! Ist schnell! Er greift uns von hinten an! Wie schade! Ihr habt schon verloren! Was? Oh nein! Kit! Pass auf! Huhuhu! Er kam plötzlich von links! Symmetrie, Perfektion, Ordnung! Verdammt! Wie konnte das passieren? Egal! Deswegen werde ich nicht aufgeben! Was für eine Zerstörungskraft! Oh, stopp, Kit! Ich bin nicht! Ihr habt überlebt, hm? Dann... Was sagt ihr dazu? Was? Das ist... mein Ärmelknopf! Allerdings ist er das! Ohne deinen linken Ärmelknopf ist deine Symmetrie zerstört! Biu piu 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 piu! Ich... ich bin entsetzt! Gib nicht auf, Kit! Kampfer! W-w-w-w-w-was haltet ihr davon?! Nur weil du deinen anderen Knopf abreißt, denkst du, du bist wieder symmetrisch? Du bist zu dämlich! Schau dir deinen linken Ärmel an und staune! Mein linker Ärmel! Das... das kann nicht sein! Aha! Es war nur ein billiger Trick des Doktors! Es war ein gefälschter Knopf. Du sagst... von Anfang an? Du sagst also, er hat von Anfang an meinen Knopf nicht einmal angerührt? Deine Symmetrie zu zerstören ist deine größte Schwachstelle! Du bist so ein Schnurrkopf! Gah... ich... ich kann nicht mehr! Ich... ich bin hässlich! Ich... ich will sterben! Hey! Du bist so weit gekommen! Gib dir einen Ruck! Ich... ich kann nicht... Kit hat... Blut gespuckt! Sieht aus, als wäre er verletzt! Das kann nicht dein Ernst sein! Kit... Kit ist nicht so ein Weichei! Kit... Kit... Geh zurück und finde die Schraube des Doktors! Roger! Halfburn! Dash! Kit... Warum musst du nur so schwer sein? Toll Stay! Vielen Dank.